Wenn ich vor meinem Hund sterbe, lasst ihn noch einmal meinen Körper sehen. Wenn er versteht, dass ich tot bin, kann er um mich weinen. Wenn er mich nicht wieder sieht, wird er denken, ich hätte ihn verlassen. Und er wird weiter auf meine Rückkehr warten. Wenn ich vor meinem besten Freund sterbe, soll er sich von mir verabschieden können. Unsere Hunde sind unsere treuesten Freunde. Und ein Teil unseres Lebens. Und ein Grund zu leben.